Kannst du sehr viel lernen? Vor allem von Team WSSI in Redis, glaube ich, ne? Ja. Von denen weiß ich nicht. Von denen könnte man definitiv ein bisschen lernen. Ja, Chris, sonst kannst du ja mal zeigen, dass du das auch kannst. Hätte sich ja anmelden können. Hätte ja machen können.